Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen, der Wuner Becksnis hier und er zeigt euch heute wie ihr wegen Views bei der Standard Boeing 737-800 in X-Plane 11 erstellen könnt und wie ihr das ganze auch bei der Sibomod in X-Plane 11 erstellen könnt, denn das funktioniert absolut genau gleich. Ja, wir befinden uns hier im Cockpit der Standard Boeing 737-800 und wenn man hier so rumlauft, dann habt ihr doch sicherlich auch schon gemerkt, dass man hier so ein bisschen drin gefangen ist. Man kommt nicht raus, man kann nicht durch die Tür gehen und wenn man dann hier die Tür, die man im Übrigen auch nicht aufmachen kann, wenn man dann da durchguckt, dadurch, dann sieht man auch das Flugzeug, das ist ja gar nicht richtig modelliert, das hat ja gar keine Kabine. Ja, und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr trotzdem zu Wing Views kommt, denn die sind ja nun so ein bisschen schwierig, ihr kommt ja nicht raus aus dem Cockpit. Das mögen jetzt einige Leute sagen, nee, kann man nicht machen, man kann keine Wing Views machen, aber das stimmt nicht, es geht. Man muss sich nur eines kleinen Tricks bedienen. Und zuallererst braucht man dafür die Standardsicht. Die kriegt man, indem man über Sichten, Ändern, Intern und auf Default View geht. Habt ihr das gemacht, dann müsst ihr mit euren Pfeiltasten ganz nach links navigieren und zwar so weit, bis sich die Kamera nicht mehr bewegt. Und diese Sicht müsst ihr dann abspeichern und es wäre für dieses Tutorial sinnvoll, wenn ihr das auf STRG 0 macht. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr euch ein wenig rumbewegen, um mal zu gucken, ob das Ganze denn auch funktioniert hat. Das heißt, ihr bewegt euch einfach irgendwo hin und klickt dann oder drückt dann die 0 auf dem Lamp-Pad, dann bewegt sich die Kamera wieder zurück. Perfekt, hat funktioniert. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist X-Plane 11 schließen. So, da sind wir wieder. Wir müssen jetzt ins X-Plane 11 Folder, in den Hauptordner davon und zwar in den Aircrafts Ordner und dann in die Boeing 737-800. Das ist unter Lamina Research und da liegt sie dann. Genau da. In dem Ordner ist eine Textdatei, die heißt B738-PREFS. Die müsst ihr öffnen und zwar mit dem Standard Windows Editor. Da kommt dann das hierbei raus. In dieser Textdatei werden die Präferenzen für die 737-800 gespeichert. Das ist in diesem Fall unter anderem auch die Sichtpräferenz, also die Sichten, die ihr euch gespeichert habt. Und da wir gerade auf STRG 0 was gespeichert haben, das hier, wird das hier auch angezeigt. Es gibt drei Koordinaten dafür, die hatte ich gerade markiert. Und was wir jetzt machen, ist, wir verändern eine davon und damit verändern wir auch die Kameraposition. So, ihr müsst jetzt eure Maus in die erste Zeile von diesen dreien hier bewegen. Also da, wo minus 0,7361 und so weiter steht. Da hin. Da steht ja minus 0. Ihr müsst diese 0 durch eine 5 ersetzen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann speichert ihr dieses Dokument und schließt das. Und dann sehen wir uns gleich wieder in X-Plane 11. So, ihr müsst jetzt einen neuen Flug starten. Denn wenn der letzte Flug fortgesetzt wird, übernimmt er die Änderungen nicht. Das heißt, ihr startet einen neuen Flug und wählt die Standard 737 aus. Ich ändere jetzt hier mal weder die Lackierung, noch irgendwelche anderen Sachen. Das brauchen wir nämlich alles nicht. Und ich stelle uns hier einfach mal nach Frankfurt. Keine Ahnung, ist halt der erste Flughafen, der mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Und los geht's. So, das hier ist wieder die Standard-Ansicht. Und jetzt drücken wir mal 0 auf den Num-Pad. Wow, was ist jetzt passiert? Die Kamera hat sich ja komplett verschoben. Wir sind jetzt außerhalb des Cockpits. Also hat unsere kleine Änderung innerhalb dieser Prefs-Datei bewirkt, dass sich die Kamera um einige Meter nach links verschoben hat. Und zwar aus dem Cockpit raus. Das ist für uns natürlich von Vorteil. Denn jetzt sind wir nicht mehr im Cockpit gefangen. Wir können uns rauf bewegen, runter, links, rechts. Nach vorne und nach hinten. Und, ratet mal, genau das gibt uns jetzt natürlich auch die Freiheit, uns irgendwo hin zu bewegen mit der Kamera. Und dann da die Sichten abzuspeichern und die dann immer wieder aufzurufen. Zum Beispiel diese hier. Da gehen wir dann hin. Und die können wir uns dann speichern mit irgendeiner beliebigen Num-Pad-Taste. Und wenn wir das gemacht haben, dann, ich habe hier so eine gespeichert, können wir diese Sicht auch immer wieder aufrufen. Ja. Das war es dann auch schon. Das ist ein kleiner, einfacher Trick, wie ihr Wingviews erhaltet und die ganz einfach speichern könnt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und es würde mich freuen, wenn das so ist, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und auch ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hula Wechseln.